hallo und herzlich willkommen zu einer battle runde oder wieder zu einer battle runde und zwar steven gegen mich sollte ich vielleicht auch machen aber du hast jetzt schon alter kann man auch zerlegen ja 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 also ist hier team harte eier gegen wie heißt also alle otaku geier wir können unser geschütz bauen wollen wir ohne machen das ohne machen gut dass wir uns da absprechen weil ich finde das langweilig irgendwie wenn ich das schon eben gehört habe mit dominik und jan dass sie gekämmt haben alter junge ja 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 wir hatten die messchen oder was nein simetra ich hatte 130 leben alter ja wenn alle treffen hauptsache ich hatte eben ganz am anfang da jank war stehen und auf einmal meinte das spiel dann so ja jetzt kann ich meine ansage machen und den tourbillon geben ja ja das ist wenn dann so aufwärmphase am anfang noch irgendwie so verpackt ist man mit solcher habe ich auch gegen die top aufwärmphase verpackt gehabt alter 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 nein geh weg das war knapp das war so knapp du hast den rechtsklick besser getroffen als ich das ist ein bisschen besser aus und in blau ist voll hässlich alter ich finde das ging hier übel geil ich kriege auch die schnauze eindeutig willow hatte ich eben auch so lustig mit miko so eine szene er guckt so schießt so trifft mich nicht steht da so ziele schon direkt auf seinem kopf wo er hinkommt er kommt so um die ecke tot und er so okay ich wusste das alter 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 geier du siehst mich bestimmt gleich und ballerst mich voll weg höre dich vor allem als aber ich trafsehe dich nicht oh mein gott wie kann man denn das so verkacken finde ich ja nicht ach komm scharfschütze nein trifft doch jetzt auch wenn es bei mir ausgelöst ist alter krieg dich doch ey huu aber hab ich auch wieder richtig verähmt ey okay die map ist eindeutig nicht meins oh no das ist ein bisschen in dem modus ist freu dich wollen wir ohne dieses eine da dieses umschalten ja ok das ist weil keine ahnung und stellt sich irgendwann irgendwie hin und dann ja ja schon recht die regeln gilt natürlich nur für uns weil wir uns ja absprechen ja ja was die anderen machen ist ja im prinzip egal mhm ich finde das halt so dämlich dass man jetzt beim laufen reparieren kann kann man das? ja 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 das ist halt wirklich richtig behebend ne ja 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 hey hey du kannst schon dich halt als voll heilen bis wir da fertig sind alter feiner dann müssen glaube ich einfach mal vor Olz battle gehen ne Ja, und ich verliere halt. Weil ich 25 Schuss sehe und ich denke die sind direkt leer und ich hab aber noch 6. Ich haue schon zu. Ah, ich krieg's so aufs Maul, Alter. Ich hasse Saria einfach so. Ich bin bei der Saria eben, weil die in der vierten Runde gekommen ist und ich sonst gewonnen hätte. Bin einfach in den Abgrund gesprungen, weil ich keinen Bock auf die alte hatte, ey. Willst du das nicht nochmal machen? Das ist halt, da musst du einfach nur deinen Pimmelstrahl da aktivieren und rumpissen. So hässlich. Im normalen Spiel kein Problem, aber 1 gegen 1 mag ich überhaupt nicht. Da bist du. 2 gegen 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 Wenn man diese Soulja-Highlights so langweilig macht. Eine Chance. Ja, geh, geh. Na gut, dann würde ich mal sagen... Hauptsache ich wollte nicht perfekt weggemacht. Also zwar schon ein 5-0, aber kein perfektes... Das ist kein perfekter Sieg ein einziges Mal. Na gut, dann würde ich mal sagen bis zur Rückrunde, ne? Bis zur Rückrunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.